Alles klar, aber wir könnten Licht gebrauchen. Ich kann nichts erkennen. Also ich könnte jetzt hier nicht sagen, wie man das macht. Auf jeden Fall, eins ist klar. Wir müssen die Dinger so versetzen, dass wir da hinten ankommen. Da hinten, ja. Verstehe ich. Und ich glaube, die Kreuze, also die Markierungen da oben drauf, zeigen, wie die sind. Also der eine blaue hier mit dem Kreuz, da kannst du von allen Seiten rein. Und der da drüber ist so ein Dreieck, da gibt es zu einer Seite nicht raus. Der Kram bewegt sich aber noch nicht. Ja, ich denke mal, dass hier dann auch Licht ist. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Guck mal, hier ein Teil des Generators, hier ein Teil und da ein Teil. Hör mal. Du? Hier ist ein Gegenstand. Ich habe, oh, guck mal hier, meine Wähls-Handtasche. Das sieht sehr geil aus. Ob der giftig ist, der Rauch? Nein. Bestimmt so ein Atomgetriebener. Und jetzt geht's? Ah, na ja. Also ich, äh, 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 was? Ey doch, der muss den hochnehmen. Ach, was ist das denn? Wir können die nicht be- Ach, du Scheiße. Gut, das ist ja dein Rätsel, ne? Ich bin da zu blöd für. Ja, das Problem wird sein, dass wir erst mal die ganzen, äh, Dinger zur Seite stellen müssen. Weißt du, wie ich das meine? Also ich kann jetzt nicht einen mitten rausnehmen, sondern es muss immer Platz sein, um den hier so wegzufahren. Wollen wir weiter aufklären? Ich würde jetzt den Raum hier mal eben machen, oder? Meinst du nicht? Mal eben. Mhm. Ja. Wir müssen es doch sowieso machen. Ja, aber erst in der nächsten Aufnahme, dann gucke ich mir das an und entwickle einen Plan, oder so. Den Plan brauchst du nicht, glaube ich, mehr. Guck. Gut, dass das Spiel Musik ist. Das ist doch schon super. Ja, du kannst mir ja ein bisschen helfen. Du kannst ja sagen, was ich machen soll. Was hältst du denn bis jetzt von meiner Taktik? Ähm, hasi? Hasi? Ja. Ja, wobei, das ging, ja, wobei, warte, 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 warte. Ähm, die Frage ist nur, wie kriegt man das getauscht? Du kannst auch, äh, auch mal drücken und deine Ideen kundtun. Ja, guck mal, die Ideallösung wäre ja, wenn du, ähm, siehst du den, den, äh, gelben zwei unter dem, wo jetzt der rote Punkt ist? Ja. Der müsste mit dem anderen gelben, äh, rechts neben dem roten Punkt irgendwie getauscht werden. Und dann müsste der graue, ein Feld weiter, eins nach oben, und dann könntest du durchflutschen. Aber ich wüsste nicht, wie das geht. Das ist doch super simpel, immer. Mhm. So, zack. Weißt du, du musst ja, du musst ja erst mal nur ein bisschen verschieben hier. Das ist mal ein bisschen mühselig. Ja. Ach. Das muss halt gemacht werden. Naja, da kommt man nicht drum rum. Aber ich, irgendwie hab ich das Gefühl, die wollen gar nicht, dass du einen geraden Weg machst. Irgendwie, naja. Aber du kannst ja jeden überall hinbringen, jeden Stein. Das ist ja nicht unmöglich, hier einen Stein irgendwo nicht hinzupacken. Nichts ist unmöglich. Genau, du singst ne Runde, das ist super. So, joh, ta. So, dann machen wir. So. Ja, du kannst den blauen ja jetzt da rüberschieben und den gelben hoch. Genau. So, und hier kannst du ja entweder den grauen nehmen oder den blauen irgendwie da hochkriegen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich weiß, wie ich's mach. Ich weiß, wie ich's mach. Ich tausche die beiden einfach. Ups. So, wie ich den gerade auch getauscht hab, weißt du? Weißt du, was ich mein, du? Kommt der blaue jetzt nämlich hier rüber. So, jetzt sollte es ja möglich sein, oder? Na komm, gehen wir mal runter und gucken. Wir gucken mal. Gut. Hast du Schaden gekriegt? Nö. Hauptsache du bewegst das Ding nicht, wenn ich da drin bin, weißt du? Das wär kacke, wenn du mich dann hochziehst, oder so. Und du sagst doch mal, du willst dir das hier raus. So, was bist du denn für ein Jockel? Bauplan, Wasserrohr. Ja, und ein Hinweis. Den darf ich ja dann lesen. Ja, mach mal. Ich ess mal den Wels. Okay. Hinweis aufgenommen. So. Die Motoren haben nach zwei Tagen am absoluten Limit Feuer gefangen. Wir haben die Verkabelung überprüft. Ein Schwarmkäfer hat die Kühlmittelzufuhr verstopft. Einer der Ingenieure hat sich den äußeren Motorblock näher angesehen und darin einen Jungen gefunden, der sich mit seinem Hund versteckt hatte. Gott sei Dank hat er ihn rechtzeitig gefunden. Wir waren gerade dabei, den ganzen Ort zu versiegeln. Wir versiegeln noch den Thorium-Reaktor. Danach verschwinden wir. Thorium. Alles klar. Hat man mal versucht, hat aber nicht so gut geklappt. War nicht in Hamm ein Thorium-Reaktor? Ja, Maus. Du kannst mir den Gefallentum mal sagen, was ein Thorium-Reaktor überhaupt ist. Eine Atomkraft, nur eben nicht mit Uran, sondern mit halt anders. Thorium. Ja. Nimmst du die Ratte? Du hast ja das Rattenfleisch. Ach, du hast recht. Ja, ja, ja. Mach ich. Guter Hinweis. Hast du dir aber ganz schön den Arm um den Rücken gebunden, ne? Ich weiß nicht, was du mit dir vorhast. Die ist gefüllt. Ich weiß nicht. Thorium war, glaube ich, schnelle Brüter-Technologie oder sowas. Ich weiß es nicht. Muss man sich mal mit beschäftigen. Kannst du nicht, ja, ne? Hier geht es wieder nach oben. Weißt du, und jetzt hast du immer das Problem, dass auf der einen Seite auf dieser Ebene noch was ist, was wir nicht erkundet haben. Weil jetzt würden wir ja wieder an die Ebene nach oben gehen. Was ist der richtige Weg? Weißt du, das ist jetzt die Frage. Was macht man am sinnvollsten? Dem Weg folgen. Wenn wir doch noch was brauchen, dann werden wir eh zurückgeschickt. Meinst du? Dann also nach oben. Ja, ja, ja. Das war eine Scheiß-Idee, Fussel. Was machst du denn immer? Ja. Noch eine Suppe. Gorilla? Hier ist eine Tür aufgegangen. Ja, dann mal ganz schnell da rein. Ach, du heilige Scheiße. Du hast ja toll hingekriegt. Das sieht gut aus, das sieht gar nicht gut aus. Hier ist eine Tür. Ich... Ja. Also, würde mich jetzt verarschen? Äh. Hier durch? Da ist übrigens eine schwimmende Ratte. Komm, ich ignoriere die. Hier kann man atmen. Ja, ich jetzt hier auch. Ich bin wieder beim... Die ist übrigens tot, wenn du so möchtest. Warum bist du mir nicht gefolgt? Aber ich hab Panik gekriegt. Ich bin einfach geschwommen wie ein Irrer. Warum machst du denn das? Wo bist du denn hingeschwommen? Ähm. Weiß ich auch nicht. Ja, keine. Ja, ich seh den Namen. Ich seh den Namen. Komm, komm hier. Hier, hier, hier. Hier ist Luft. Auf jeden Fall war vorhin noch Luft. Und eine tote Ratte. Hier war eine Ratte. Die ist jetzt aber weg. Die ist aber auf jeden Fall erstmal Luft. Ja. Was macht man hier noch? Hier waren wir ja schon mal, Hasi. So. So, komm mal zu meiner Position. Ich lot's dich jetzt hier raus. Wir gehen die Treppe hoch, ja? Und dann tauchen wir hier runter. Meinst du, warum muss der das machen, so wie wir das jetzt gemacht haben? Ja, da ist ja nichts anderes übrig, ne? Wo bist du? Ach, da. Hier war doch irgendwo eine Treppe, hoffe ich. Ansonsten haben wir ein Problem. Oh, 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 oh. Du kannst hier auch hochtauchen, ne? Hier ist immer so ein Zwischenstopp. Also bei mir. Hier ist die Treppe, hier ist Sauerstoff. Okay, ich komm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das machen sie aber echt spannend. Ist ja wieder toll hingekriegt, weißt du? Hui! Und er sagt noch, mach das ruhig auf. Auf habe ich nicht gesagt. Geht er hoch? Ja, bin ich ja, hätte ich mir in den Kopf stoßen sollen. Toll. Und auf einmal hier bricht alles über uns zusammen. Hier waren wir schon. So, dann gehen wir hier weiter. Mann. Ach ja, das bisschen Wasser, jetzt stell dich doch nicht so an. Doch. Weiß Affen mögen kein Wasser, aber. Jetzt bin ich nass. Ach ja, ich fühl dich gleich schon wieder trocken, dann mach ich dir ein paar Rölleküs ins Haar, dann passt das schon. Ja, Dauerwellen möchte ich gerne. Dann dreh ich das Glätteisen auf extrem und dann kannst du mal gucken, wie es geht. Verbrennen wir den Affen. Äh, Gorilla? Ja. Ja. Dann gehen wir doch mal zurück, oder? Ich glaube, wir müssen tauchen. Oh, nein. Hätten wir mal den anderen Gang noch erforscht, weißt du? Aber nee, bloß nicht. Meinst du, wir hätten da die Leiter doch hochgekommen müssen, wo das ganze Wasser jetzt herkam? Das ist gut möglich. Ich meine, jetzt ist ja ausgeglichen, jetzt kann ja nicht mehr viel passieren, aber hier sind wir, hier, ne? Da ist ja alles zu. Ich weiß ja auch nicht, wer so eine komische Station baut. Mit Gittern dazwischen. Voll durchgängig, also. Das ist ja wie in der Titanic, weißt du? Ach doch, keiner. Boah, ich hab Mückenstiche nicht, ich dreh durch. Na gut, dass du die hast, hab ich sie nicht. Bist du da? Bist du im Wasser? Ich bin schon unter dir durchgetaucht. Ach so, ja, wir warten ja nicht aufeinander, weißt du? M-m. Du hast gerade auch nicht auf mich gewartet. Hallo, ich hab nur den Weg gefunden. Und weiter. Trottelaffe. Widerlicher. Weiter. Der ist immer so leidlich, weißt du? Wenn, äh, Generator-Storage-Ebene, wollen wir da gleich mal rein, oder waren wir da schon drin? Ich geh mal eben hier Luft tanken. Ja, ich bin dabei. Sollen wir da mal reingucken? Komm. Ja. Ich follow you. Das hoffe ich. Ich follow you. Ah, ah, follow. Hier kannst du wieder hoch, ne, bei dem Schild. Ja, ich bin aber, ich bin, hier sind wir im Raum. Ja, ich weiß es nicht so genau, weil, äh, das scheint der Weg gewesen zu sein. Hier, hier können wir jetzt zum Planetarium. Kommen wir da vielleicht dran, ne? Doch. So, guck mal hier. Sieht doch gut aus. Hallo, hallo, hallo. Ist das der Weg, meinst du? Würde sagen, ja. Hier waren wir vorhin, ne? Im Prinzip sind wir jetzt ja nur einmal, äh, im Kreis. Ja. Cool. Hm. Ist auch, äh, wieder ein Hinweis. Den kannst du doch mal wieder, dir zu Gemüte führen. Oder uns zu Gemüte. Tee. Äh, die Motoren haben nach zwei Tagen, hattest du gelesen, ne? Oder? Ne, Jungen mit Hund. Warte mal, da muss ich hier hin. Die Motoren haben nach zwei Tagen am absoluten Limit Feuer gefangen. Wir haben die Verkabelung überprüft. Ein Schwarmkäfer hat die Kühlmittelzufuhr verstopft. Hattest du das nicht gelesen? Ne, aber du hattest was mit dem Jungen und dem Hund, ne? Ja, also ich hatte das unter dem, warte, auf der ersten Seite, unter dem, du musst das rechts. Nachdem die Motoren ihren Geist aufgegeben hatten, machten wir uns auf den Weg zum Habitat. Anscheinend hatte eine Käferplage einen heftigen Kurzstoß in der Elektronik verursacht. Dazu noch die Meutereien nach Tuleys Entscheidung, auf die Floßleute zu schießen. Wir haben einen sicheren Ort gefunden, mit genügend Proviant für ein paar Monate für uns Ingenieure, den Jungen und den Hund. Wir werden ein Boot brauchen. Siehst du? Das hört sich schon mal gut. Hoffentlich finden wir das auch, dass die nicht so viel gefressen haben, weißt du? Ob die mit Wirwähl haben. Ja, wir haben... Jungen, Junge. Wir haben eine Art Krieg. Ich brauche bestimmt gleich Wasser oder sowas. Eine Fristöse. Ich höre ihn doch schon wieder gluckern. Ja, ich habe auch jetzt kein Wasser mehr, aber ich war so frei und habe mal 20 Wassermelonen mitgenommen. Das heißt, wir werden hier nicht verdursten. Nee, nee, nee. Ich mache mir da auch wenig. Man kann es auch mal hochklettern. Was machst du da? Entschuldige. Mann. Ja, das ist doch... Was war das denn für eine komische Geschwindigkeit? Sojabohnen. Aha. Cool. Ja. Hast du auch so das Gefühl, das ist Jump'n'Run? Ja, geil. Endlich mal wieder... Hm. Das ist, glaube ich, schwierig, oder? Soll ich mal vor? Ja, ich würde auf eines dieser Dinger da, diese Beete, wenn das geht. Ja, klar. Das wird der Schlüssel zum Ziel sein. Ja, ich bin da raus. Viel Spaß. So, hier direkt, äh, rechts war kein Problem. Hüpf. Ah, auf diesen großen Beeten auch wieder kein Problem. Hier hinten ist eine Tür. Bei mir. Und die scheint offen zu sein, weil grün. Bei dir ist eine Tür, die ist rot. Hm, also hier irgendwie... Ja, ernte du mal ruhig was Leckeres ab. Was hast du da Schönes gefunden? Oh, ei, ei, ei. Ich benötige hier hinten drei irgendwas. Drei Kabel, ich hab keine Ahnung. Drei Klebeband. Brauch ich. Drei Klebeband. Alles klar. Ah, der Schaden ist gar nicht so schlimm. Ich hab hier noch eine Notiz. Oder einen Hinweis. Ich lese mal wieder. Die Bananenpflanzen sind von einem riesigen Schwamm Käfer befallen. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe sie mit Pestiziden besprüht, aber sie sind nicht zu bremsen. Habe versucht, das Cockpit zu erreichen, aber keine Antwort erhalten. Die Käfer werden hier alles zerstören, wenn wir sie nicht aufhalten. Na gut, ihr kleinen Mistviecher. Mal schauen, wie euch der Staubsauger gefällt. Das war der dritte, ne? Ich hatte einen, du hast zwei, ne? Ja. Okay. Dann versuche ich es jetzt mal. Mal gucken, ob wir einen Inventar haben. Jupp, hat geklappt. Ist bei dir da hinten denn noch irgendwas? Ich habe nichts gesehen, ich hatte nur die Klebebände. Okay. Aber ich muss natürlich dazu sagen, dass ich auch nur bedingt gut geguckt habe. Ich habe einmal ganz kurz Schaden hier bekommen, aber es ist wirklich nicht tragisch. Du kannst es riskieren, einmal kurz Schaden zu nehmen. Ja, 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 ja. Ich gucke gerade mal hier hinten nochmal, ob... Ja, ja, das war eine gute Idee. Ich gebe dir die Zeit. Bist du denn schon fertig jetzt? Bist du jetzt da? Kommst du jetzt wieder? Kommst du wieder? Kommst du wieder? Kommst du wieder? Fuamine und kommen.